Das Frankfurt Major ist vorbei. Ich habe mir insgesamt 11.000 Münzen verdient durch Wetten und Aufgaben erfüllen und so weiter. Und die will ich mal einlösen jetzt. Ich habe ja nicht so viele Münzschätze bisher gehabt, aber ich kaufe mir jetzt welche. Das müsste aber eigentlich hier noch besser gehen. Hier kann man gleich mehr auf einmal kaufen. Einen habe ich. Jetzt kaufen wir uns mal noch neun. Dann habe ich zehn Stück. Zack. Ja, ja. Alle annehmen. Zehn Stück bekommen. Und die zehn machen wir jetzt mal auf. Das sind die Sachen hier unten, die man bekommen kann. Natürlich der goldene Rubik-Umhang ist mit das beliebteste, aber auch das seltenste. Ups. Wie komme ich denn wieder raus? Nein. Wie komme ich denn wieder in die Übersicht? Ich will in die Übersicht. Ah, so. Da kann man. Das ist auch noch ganz cool. Was haben wir denn noch? Das Dragon Knight-Set. Gehen wir drei nach einfach mal durch. Das ist auch zumindest ganz witzig. Timbersaw. Anti-Mage. Ein paar coole Sachen zumindest, die man mit anderen Sets kombinieren kann. Den Helm finde ich nicht ganz so geil. Das ist sehr witzig. Sniper. Auch ein paar coole Sachen. Abaddon. Zu Legion Commander. Und das sind halt einzelne Teile. Kein ganzes Set. Und machen wir jetzt einfach mal auf. Erster Schatz. Komm, wir wollen natürlich den goldenen Rubik-Umhang. Der ist schon mal raus. Ja, komm, hier. Was für eine Goldstufe vielleicht? Oh, nein. Ah, das war knapp. Beinahe wäre der Anti-Mage übrig geblieben. Noch einen aufmachen. Ah, da fällt er auch schon wieder raus. Komm, Goldstufe. Ah, das habe ich doch schon. Noch einen. Ah, 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 ah. Gold, komm. Geh weg. Nicht schon wieder der Sniper. Keiner will den Sniper. Das war wieder so knapp. Das ist unfair. Nein. Ah, schon wieder nur Bronze-Stufe. Aber den hatte ich auch noch nicht. Wenigstens hatte ich den noch nicht. Und da fällt der Rubik gleich raus. Man kann dann mehrere Items von niedriger Stufe zu einem höheren Stufe zusammenbauen. Nee, nicht schon wieder der Sniper. Geh weg. So, jetzt hier. Jetzt der Rubik. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Komm, dann nicht weg. Nein. Ah, mach mal so eine Silberstufe mal was. Was ist das genau? Ist das nur das Schwert? Silberstufe. Selten. So, schauen wir mal. Hier links. Ihr sollt rausfliegen. Ah, der ist ja schon weg. Nochmal Silberstufe. Der normale Umhang. Ich möchte aber hier natürlich den Gold umhangen. Komm, jetzt möchte ich hier was in der Goldstufe wenigstens haben. Gib mir was in der Goldstufe. Der Rubik ist noch drin. Der Rubik ist nicht mehr drin. Der ist auch nicht mehr drin. Nein, nicht. Na. Legion Commander. Das ist nur das Schwert auch wieder. Das müssen wir gleich mal angucken. Das ist nur das Schwert. Okay. Einiges jetzt, was ich demnächst mal wieder kombinieren kann. Go, 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 go. Rubik, bleib drin. Rubik, gib dir Mühe. Ja, nein. Gold, ein Team. Ich habe ich doch schon. So. Als erstes ist der Sniper raus. Als erstes der Sniper raus, bitte. Der ist schon okay. Die sind auch okay. Sniper raus. Rubik, bleib drin. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Goldstufe. Hau ab. Haut ihr ab. Weh der. Du auch nicht. Komm. Pass. Das wäre was. Der hat jetzt 15 Mal. Gehen wir kurz ins Kompendium. So. Also drei von den kleineren kann man zu einem höheren zusammenbauen. Und drei von denen zu einem von dem. So den großen habe ich ja noch gar nichts. Ist auch wieder Zufall. Wir können das ja nochmal machen mit der Herstellung. So, die muss ich eigentlich auch mal loswerden. Die Münzen. Und die Kompendium-Punkte. Eigentlich will ich die recyceln. Das geht ja auch noch. Was kriegt man für das Recycling nochmal? Das finde ich viel cooler. Da muss ich gleich nochmal gucken, was man dafür nochmal kriegt. Herstellung so. Bronze Stufe. Was habe ich denn mehrfach? So. Ja. Was kriege ich? Black Mist Blade. Ist doch Mist. So. Eins. Zwei. Jawohl. Die habe ich nicht mehrfach. Warum ist Silber und Bronze eigentlich so verteilt? Ich habe nichts von der Goldstufe. Ist auch Müll. Eins. Zwei. Na. Ich muss nochmal welche öffnen. Ja. Bei dem war jetzt nicht so viel Club. Ich mache noch mehr auf. Das hilft ja nichts. So. Machen wir nochmal hier. Machen wir nochmal. Wie viele auf? Fünf. Dann gucken wir mal weiter. Ja. So. Jetzt aber mal. Go. Das sieht ja schon besser aus. Die Bronze muss noch rausfallen. Bronze muss noch rausfallen. Rubik. Bleib da. Rubik. Bleib da. Rubik. Nein. 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 Scheiß. Tidehunter. Hau halt ab. Timber. Timber. Bleib. Timber. Ja. Ja. Wie? Ist doch alles? Geht doch alles nicht. Haut ab, ihr Bronze-Stufe-Spinner. Versauen mir die ganze Statistik. Ja, 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 ja. Ey, den kann ich schon nicht mehr sehen. Ich muss was machen. Ich muss noch ganz was einstellen im Twitch-Chat, weil jemand aus Versehen, ähm, oder kannst du das eben machen, Mira? Den Rabbit Paw, der hat, glaube ich, nur einen Punkt auszusehen drin gehabt, dass ihr den, ähm, wieder unbannt. Weil da war nur was mit Kaffeetasse, was er geschrieben hat. Nur ganz kurz gesehen. Den Rabbit Paw mal bitte anbannen. Mit dem Board. Das muss ich jetzt gleich machen. Geht auch gleich. Go, go, go. Nein. Wie? Nein, das ist doch nur eine Scheiße, was übrig bleibt. Das mache ich gleich. Sehr okay. So, jetzt muss ich hier mal kurz zur Herstellung. Kann ich jetzt wenigstens mehr von dem kleinen Kack? Erstmal, ähm, Gold-Umtausch, Silber-Aufwertung. So, ich muss jetzt von der Bronzestufe... Was kriege ich? Nochmal das Schwert. Das Beste. Danke. Ich habe es noch nicht 15 Mal. Ich will es nochmal. Komm, nochmal das Schwert. So, und jetzt die Silber-Aufwertung. Jetzt kriege ich wenigstens einen goldenen Gegenstand am Ende. Ja. Und wen kriege ich? Mage-Abolisher. Welche sind denn die coolen? Kann er das mal irgendwie anzeigen? Warum zeigt er das denn nicht an? Das muss jetzt alles... Volvo, please. Hauptsache nicht anzeigen. Naja. Das war jetzt also das, was ich zuerst rausgeholt habe. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit den restlichen Münzen mache. Ob ich mir da andere Sets für hole oder doch noch. Ihn hier... Das überlege ich mir gleich. Das war's. Das war's. Heute zeigen ich mir. Linus